hallo und herzlich willkommen bei goldrasch schön das entscheiden hast ja mal schauen was wir heute anstellen wir werden vielleicht mal ein radlader noch mal ein bisschen weiter runterfahren und noch ein bisschen goldschirfen und vielleicht noch ein radlader und mit dem parkwagen oder wir müssen machen unten das frei dass man dann das mobile einfahren können den klammer oder nicht aus als wesentlich schönes wetter anja da war dann kurz mal ich muss ja ich muss ja erst mal das ändern springen wir mal rein weil ich einmal darunter stehen die vorbereitung gar nicht ausgemacht ja ich bin echt gespannt was wir jetzt rausgekommen wir können mal den kleinen radlader ausprobieren halt ja ein bug fix gemacht mal spannend ob da jetzt besser funktioniert 200 differenzial nicht wirklich das ist wie ein kleines topel ob so irgendwas fällt aber ja ich versuch es mal jetzt mit klein jetzt ich glaube es nicht dafür gedacht hier oben reinkommen ja ja alter Platz oh shit na gut jetzt gehen wir gut dann fangen wir jetzt mal aus und fangen wir in die Stadt Benzin müssen wir mal holen ne das ist mein auto ich muss um 11 ein rennt sich oder auto ein hinten warte mal 11 10 war es glaube ich ja gut da da so da fahren wir in die Stadt mit dieser mitnehmen ne ist egal jetzt ja fahr das mal probieren das mal mit den schmelzen mal schauen wie wir rausbekommen oder wir gucken erstmal wie viel wir das geld also wir das geld bekommen genau sowas und wir stürzen nicht gleich wieder was nämlich genau jetzt und in der Stadt aber ich stürze jetzt nicht ab auch und langsam das spiel nachladen kann ja und 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 wir in der Stadt und die dann müssten wir heute mal mal spannend dass mich weg machen damit das mal wie viel geld bekommen oder die zwei und müssen kaufen wenn das gold schmelzen lust ich kann mich schon jetzt mal wirst du wenig geld wir haben noch gold schmelzen was ist dort noch nicht dass wir verkaufen da hat keine 15 minuten warten so motorik und ja auch von 10 minuten und gewisse geschichte hat man das mal schauen wenn ich jetzt spannend wie herausprogramm ich hätte jetzt hat er mal ich habe euch gekriegt und zur bank ja jetzt verpässe war akte zeitschner okay achte gut bevor man zu brennen mal schauen wie weg nein wird das da noch steht noch da also ich hätte ein deutschland mehr geht raus bekommen als hätte vielleicht sammeln müssen oder so wir fahren das verdanken packen wir noch eine runde durchsetzen hat war noch danken mache ich jetzt wirklich ich Amatrin, Amateng Ich würde sagen, solange man nicht so richtig das Gold so in Mengen haben, würde ich einfach nur die Nuggets verkaufen, nicht schmelzen. Freuert mal den Test. Das wäre, ich würde mal rein, 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 ja, oja. Na ja, 288.000. Könnte man den, den kaufen können. Den Radlader. Na ja. Denk mal, nächste Runde kann man den uns kaufen. Wenn wir jetzt über Kilo haben. Und vielleicht versuche ich mal den Anhänger runter zu machen, runter zu fahren, oder? Ja. Ich weiß nicht, wie man mit dem Radlader so lange Strecken machen muss. Und vielleicht sogar mit dem Bagger noch mal ein bisschen arbeiten. Immer schauen. ruhig, ruhig, ruhig. Oh. So. Mach mal Tifferenzial rein. Da geht's. Mach mal raus. Mach mal rein. Ich würde sagen, dann lass mal den hier stehen. Stehen. Stop. Warte mal, ich steig mal ein. Hallo. Warte mal, ich steig mal ein. Hallo. Oh. Mach mal aus. Steig mal aus. Hm. Warte mal, will ich jetzt hier? Vielleicht ist hier Abkoppler. Dann müsste ich ja... Wo ist das an den Kupplungen? So. Jetzt müsste ich jetzt rückwärts reinfahren. Ach, wir versuchen es einfach. Aus. Aus. Wir haben es nicht probiert, wissen wir es ja nicht. Warte, ja. Gott sagen. Lass mich mal schauen. Ich fahre einmal rum. Und stelle ich jetzt mal hier so hin. Also rückwärts ruhig reinfahren. Zurückwärts ist so ein Ding, also das kann ich nicht. Auch so privat. So. Es ist schwierig. Es ist schwierig. Es ist schwierig. Es ist schwierig. Was redet es auch noch? Hier auch noch so ein anderer rum. Ja, ja, ja. 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 Wiederhole. groove. Oh. Irgendwie, warte mal, wer jetzt so, da kommt mit dem Auto nicht raus. Lass mal kurz mal rumlegen. Ich weiß nicht, ob das geht. Mal gucken, was es sagt. Okay, das scheint zu funktionieren. So, ich muss jetzt nur Strom runterbekommen. Wasser, kein Problem, auch Strom müsste ich jetzt runterbekommen. Lass mal Wasser mit. Wasser, Wasser, Wasser. Ich glaube, es funktioniert jetzt. Nächster Satz, es muss gerade stehen. Ach, hör auf, warte mal. Ich roll dir mal ein. Und da war ich mit Rattel. Nee, nee. Okay, reingeschmisst es jetzt. Ja. Einmal dran. Und Strom. Wollen wir auch mal auf. Ja, gut. Hm, okay. Mach mal an. Nein, muss ziehen. Wir gehen dann einmal mit. Mal spannend. Und drücken. Okay, es funktioniert. Oh, also könnten wir rein drittisch hier reinfahren. Jo, mach mal. Versuchen, wir machen das jetzt. Hallo. Gut. Motor an. Wenn ich jetzt sage, sagen wir mal, hier so rein. Ach, runter. Komm, machen wir runter. Oder, oder nein. Wir machen es ein bisschen breiter. Wir machen es noch ein bisschen breiter. Versuchen wir es noch ein bisschen breiter zu machen. Wir machen es noch ein bisschen breiter. Wir machen es noch ein bisschen breiter. das war nicht nur 100 prozent heute ach so ich denke mal benzin tinks ist aus haben schon gefreut ich habe mich echt schon gefreut jetzt hier ach so maschine ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020